Also, wir sollen mit dem Betriebshandbuch des Schiffs anfangen, heißt es. Wenn du mich fragst, wird's langweilig. Ich bin mehr für was Lustiges. Wie wir es mit... Kampftraining. Jiu-Jitsu? Du meinst, ich lerne Jiu-Jitsu? Ach, du Scheiße. Ah, unser Kleiner hat Spaß daran. Noch eine Runde? Ja, nur zu. Oh ja. Wie macht er sich? Er trainiert seit 10 Stunden wie eine Maschine. Ich kann Kung Fu. Zeig's mir.